So Freunde, wir versuchen den Drachen nochmal zu bekämpfen. Quasi unsere letzte Amtshandlung, die wir durchführen müssen. Der ist nicht ganz ohne. Ich habe jetzt drei von vier Herzen mitgenommen. Wer Glück haben, reicht das sogar. Aber ich habe es bis jetzt noch nicht geschafft. Und zwar schadere ich immer in der aller allerletzten Runde. Manchmal auch in der ersten. Ziemlich manchmal auch Zufall. Wie wir ihn gerade, wie oft wir ihn auch treffen. Gar nicht wie oft er uns trifft. Also Träumer nennen sie den, aber wie ein Träumer sieht er nicht aus, finde ich. Zum Gegenteil. So, da ich nur drei Herzen mitgenommen habe, muss ein bisschen sparsamer sein. Kleiner Tipp am Rande, man kann die Herzen nur aufladen, während der Typ weg ist. So, jetzt ist er abgehauen, jetzt können wir uns nochmal aufladen. Das ist natürlich leicht erwischt. Ich muss nicht leichtsinnig werden. Ich sehe nichts. Das ist total vor meinem Sichtfeld. Mann, 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 Mann. Das ist ja wieder abgehauen. So, wir müssen auch mal ein bisschen mit der Energie ein bisschen sparsamer umgehen. Deswegen laden wir das Herz noch nicht auf. Wir müssen ihn immer ein Balken abziehen, damit er dann, sag ich mal, abhaut. Kommt da ran, dann können wir erst unsere Energie wieder aufladen. Dann ran, du kannst ihn verabschiedern. Ich bin direkt in seinem Maul gelandet. jetzt können wir uns noch mal komplett aufladen ich bin immer der letzten runde gescheitert ich weiß nicht warum normal also ist das bisher vielleicht ein bisschen bilder aber das müsste eigentlich genauso funktioniert wie in der anderen runden auch ich habe ihn jetzt ganz gut getroffen so ein bisschen aufpassen alter schwede typ ist echt unberechenbar stopp schlag zu natürlich treffen ist das immer kontraproduktiv ja wir haben wir haben den träumer besiegt alter wie geil ist das denn heftig war das geil meine verbindung zu deiner welt und durch den tod jener die mich eingesperrt hatten bis nun du das tu dank dir wird der drache befreit ja heftig heftig alter heftig wer ist das denn schoss aber jetzt liegen wir daher das heißt ich kämpfe mich durch das ganze spiel erledige alle und zur belohnung liege ich dann da ist dem neustart eingeleitet abgeschlossen sensoren fällt einsatzbereit vitalparameter normal amd wird aktiviert ok ablegen wird hergestellt ablegen ok heftig heftig ja freunde wir haben es geschafft wir sind durch ich bedanke mich auf jeden fall für eure aufmerksamkeit es hat richtig richtig spaß gemacht schade dass das game schon wieder vorbei ist aber so ist das halt wenn man viel zockt lange zockt dann sind die spiele heute zwischen 9 und 10 stunden meistens zu schaffen deswegen lass mal ein abo da like nicht vergessen und dann freue ich mich schon auf eure kommentare und wir sehen uns dann auf jeden fall in einem anderen video bis dahin leise 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 Vielen Dank.